Musik Tobias Berg kümmert sich heute um die Fütterung der Rinder auf der Sommerweide. Für mich bedeutet die Arbeit auf dem Biohof Gutrichirode immer sehr viel. Ich bin sehr tierlieb, bin immer sehr gerne in der Rindvieh-, Schwein- und Huhnhaltung. Das ist eigentlich mir relativ egal, wo ich eingesetzt werde. Hauptsächlich bin ich bei den Mastbullen und bei den Mastrindern, weil mir das sehr viel Freude bereitet. Neben Tobias Berg arbeiten rund 50 Menschen mit geistigen, psychischen und seelischen Behinderungen auf dem Hofgut. Arbeitsgruppenleiter Maximilian Göbel leitet die Klienten bei der Arbeit an. Das Hofgut ist der größte von fünf Bio-Betrieben innerhalb der Hefata-Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Nachhaltige und Bioproduktion von Lebensmitteln und der Naturschutz sind hier besonders wichtig. Das Besondere an der Arbeit mit den Klienten ist, dass jeder individuell ist. Man sich wirklich mit den Leuten beschäftigt, sich um die Leute kümmert und individuell schaut, wer kann was, wer kann was weniger. Wir arbeiten an den Stärken und jeder einen kleinen Teil zum Ganzen dazu trägt und gemeinsam die Sache eine runde Sache wird. Und mit allen Mannen wir das wirklich hier sehr gut schaffen und bewältigen können, aber das halt als Team. Und diese Teamfähigkeit, die die Klienten hier wirklich an den Tag legen und was hier durch die Arbeit zusammenwächst, das muss uns erstmal danach machen. Die Aufgabe ist es, den Menschen auf dem Hofgut eine sinnstiftende Tätigkeit zu geben, aber auch respektvoll mit der Natur, den Tieren und den Pflanzen zu leben. Eines der Naturschutzprojekte ist die Pflanzung und Pflege einer Allee aus 60 Linden und Büschen. Sie bilden einen Saum um den Feldweg und einen Rückzugsort für Vögel, Insekten und Salamander. Der oberste Punkt ist natürlich, wir versuchen irgendwo die Schöpfung zu bewahren, sind im Einklang mit der Natur, versuchen wirklich individuell zu wirtschaften, wie es uns die Natur hergibt. Lebensmittel, die Produkte, die Kartoffeln, der Getreideanbau, das Gemüse, die Tierhaltung, die Fütterung der Tiere, der Weideauf- und Abtrieb. Also das Ganze zu wahren und zu schützen ist unser Auftrag, den wir wirklich mit nachhaltiger biologischer Landwirtschaft hinkriegen und den Weg auch eingeschlagen haben. Der Hof ist Bioland-zertifiziert. Darauf sind die arbeitenden KlientInnen besonders stolz. Sie kümmern sich um 160 Hektar Ackerland, 78 Hektar Grünland und um knapp 800 Tiere. Die Produkte werden direkt vermarktet und an über 100 regionale Partner geliefert. Eine ganze Menge Handarbeit, so wie bei der Kartoffelernte. Ein wunderbarer Tag auf Recherode bedeutet für mich auch, wenn zum Beispiel die Getreideernse läuft, dass dann am Morgen gesagt wird, so heute müssen wir zum Beispiel viel dreschen oder jetzt auch Kartoffelernte isst, da müssen wir viel roden. Und das bedeutet dann für mich, wenn dann am Morgen gesagt wird, so heute sind wir den ganzen Tag und nach 16 Uhr vielleicht auch noch am roden. Und am Ende des Tages wird dann gesagt, wir haben unser Ziel erreicht. Und das erfüllt mich und die anderen auch einfach mit großer Freude und Zufriedenheit, dass man sieht, was man schaffen kann. Dem Hof Rudricherode in der Schwalm leben Mensch und Natur im Einklang. Ein nachhaltiger Umgang mit Natur und Tieren, Teilhabe und Inklusion sind die Gründe, warum sich Tobias Berg hier so wohl fühlt. Es sind viele kleine Schritte, regional und nachhaltig, die dazu führen, dass der Natur wieder mehr Platz eingeräumt wird und in der Verantwortlichkeit für die Schöpfung hergestellte Lebensmittel produziert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017